Ziel ist es, die Frontlinie so weit zu verschieben in das manche Gebiet hinein, dass wir das auf... Max, kann ich zu euch reinkommen? In den Konkord ja, und hier am besten nicht. Alles klar. Ja, das ist wahrscheinlich wieder so ein scheiß PKP. Oh, nicht. 1, 8, 2, Hausdach, ähm, C3. Schuss und nix. Schütte, ich glaub ich hab Max... Okay. Du bist zu rechts eigentlich. Du bist richtig, bitte. Schüsten, nicht nein. En показаст mehr kommt.